Hallo liebe Freunde, hier ist euer Mann der guten Laune. Ja, soeben noch in Hohenwarte, auf der Hohenwarte und die Aussichtgenossen und die Fans gegrüßt. Jetzt bin ich hier in der zweiten Heimat sozusagen, im Europa-Park oder am Europa-Park, nämlich in der Gemeinde Rust. Und Freunde, momentan ist er unterwegs, mein Kameramann, der Maiki, ist heute am Start. Aber ich zeige euch mal unser Zimmer. Das hier war mein Doppelbett. Das ist der Maiki. Wir hatten ein wunderschönes Zimmer. Und ihr seht es hier, das ist einwandfrei. Was wollte ich sagen noch? Es gibt nichts zu bemängeln. Die Zimmerqualität ist hervorragend. Frühstück, einwandfrei, es ist reichlich. Der Maiki ist noch unterwegs, gerade aktuell. Und das Tolle ist ja, was hier eine Auswahl gibt vom Frühstück. Das ist unglaublich, das ist wirklich toll. Und reichlich für jeden was. Ihr seht aktuell das Wetter draußen heute am Park. Also es ist dunkel. Es kommt jetzt an der Kamera etwas anders rüber, aber es ist etwas dunkel heute. Aber die letzten zwei Tage hatten wir hier warmes Wetter, Sonnenschein, Wolken los. Es war toll. Wir haben viele neue Leute kennengelernt. Und wenn ihr richtig gut essen gehen wollt, dann macht das hier in Rust. große Portionen für kleine Preise, nette Leute auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. In diesem Sinne, Grüße noch raus ans Münsterland. Zu Mareike und zum Chris. Jetzt waren wir wieder da. Ihr wart nicht da, aber ich hoffe, wir sehen uns jetzt endlich mal. Und jetzt gehen wir raus und erkunden noch Rust ein bisschen. Und das soll es erstmal hier gewesen sein von der Pension SICK. Gut, günstig, am günstigsten übernachten hier in Rust. Servus und ciao.